Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Brandenburg Brandenburg In Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg Brandenburg Ich fühl mich heut so leer, ich fühl mich Brandenburg In Berlin bin ich einer von drei Millionen In Brandenburg kann ich bald alleine wohnen Brandenburg Im Handlohn ist Brad Pitt und der Washington Denzel Im Autohaus in Städte soll nach dem Enzel Brandenburg Berlin Berlin Halleluja Berlin Halleluja Berlin Halleluja Berlin Alle wollen dahin Deshalb will ich das auch In Brandenburg In Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee geguckt Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg Wenn man Wieser am Ratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet Mark Brandenburg Brandenburg Ich fühl mich heut so aus Brandenburg In Berlin kann man so viel erleben In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben Brandenburg Im Adlon ist heut Nacht Hillary Clinton In Späckernachim Menzel das Autohaus nicht finden Brandenburg Berlin Halleluja Berlin Halleluja Berlin Halleluja Berlin Alle wollen dahin Deshalb will ich das auch Lassen Sie mich durch Ich bin Chirurg Ich muss nach Brandenburg Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg Und wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg Dankeschön! Danke sehr Vielen Dank! Applaus Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!